Das Brompton Gepäcksystem ist besonders einfach und alltagstauglich. Es besteht im wesentlichen aus zwei Bauteilen der rahmenfesten Montagemöglichkeit und dem Trägerblock. Sobald ich einen Trägerblock montiert habe, passt praktisch jede Tasche auf fast jedes Brompton. Allein zwölf verschiedene Taschenmodelle von Brompton in zahlreichen Material- und Farbvarianten bieten Transportlösungen für jeden Einsatz. Von Alltag bis Fernreise ist alles möglich. Das Brompton gibt es ja mit unterschiedlichen Lenkerformen für sportliche und bequemere Fortbewegung. Der gerade Lenker ist tiefer und daher sind für ihn nicht alle Taschen geeignet. Wenn Sie ein sportliches Brompton mit einem geraden Lenker haben, ist es wichtig darauf zu achten, dass nicht jede Tasche kompatibel ist. Es gibt speziell die S-Bags, die für den geraden Lenker geeignet sind und auch eine Reihe kleinerer Taschen, die zu diesem Modell passen. Zusätzlich zur Auswahl der fertigen Taschen gibt es auch den Taschenrahmen lose, mit dem ich die Möglichkeit habe ein eigenes Taschen- oder Tragesystem anzufertigen. Ich muss nur den passenden Taschenrahmen zum passenden Lenkertyp wählen. Das Brompton Transportsystem ist überaus praktisch und alltagstauglich. Taschenkosten ab ca. 100 Euro. Der Trägerblock schlägt mit rund 25 Euro zu Buche. W Cola. Der Trägerダ